Musik Publikumsmagnet Explore Science. Auch heute strömten wieder etwa 8000 Kinder und Jugendliche zu den naturwissenschaftlichen Erlebnistagen. Lebendige Vielfalt erforschen, erleben, entdecken, wie zum Beispiel den Lotusblumeneffekt. Mit dem Lotus-Effekt funktioniert das so, dass die Oberfläche des Blattes nicht einfach nur glatt und wasserabweisend ist, wie zum Beispiel auch diese Tischdecke hier, sondern sie hat auch noch eine ganz spezielle Struktur. Und zwar bildet sie so kleine Nadeln oder Noppen aus und auf diesen Nadeln oder Noppen liegt der Wassertropfen drauf wie ein Ball und kann gar nicht bis zur Blattoberfläche vordringen. Und sobald das Blatt ein wenig schräg geneigt ist, rollt der Tropfen sofort zur Seite weg. Einfach und verständlich erklären, dafür ist auch TV-Moderator Prof. Dr. Harald Lesch bekannt. Nur einer von vielen interessanten Gästen auf der Explore Science. Mit dem Astrophysiker lässt es sich so wunderbar philosophieren über die Weiten des Universums. Wenn Sie ein Astronaut wären, wo würden Sie dann hinfliegen? Ich würde mich wahrscheinlich nicht aus dem Sonnensystem raustrauen, weil ich ja wieder heim will. Und am Sonnensystem fände ich zum Beispiel toll, mal einen der Jupiter-Monde zu besuchen. Also zum Beispiel Io, obwohl Io ist sehr gefährlich, der ist sehr nah am Jupiter dran, da sind Vulkane drauf und so weiter. Aber ich glaube, auf Io zu stehen und diesen riesen Jupiter vor sich zu haben, das fände ich wirklich toll. Oder vielleicht nach Europa, weil, also jetzt, da gibt es ja einen Mond, einen Jupiter-Mond. Du, Nix, du kennst dich aus, das freut mich. Ein Jupiter-Mond, der hat ja so eine Eiskruste und vielleicht ist in diesem Eis, unter dem Eis, in dem Wasser vielleicht Leben. Also die Jupiter-Monde, die würden mich am meisten begeistern. Warum so weit schweifen, wenn das Spannende doch so nah? Die Natur mit allen Sinnen entdecken und mal mit ganz anderen Augen sehen. Hier mit denen der Insekten. Es geht darum, dass Sie einmal einen Einblick da rein bekommen, wie Insektenfarben wahrnehmen. Weil alle Insekten neben Farben unterschiedlich war, präferieren unterschiedliche Blütenfarben. Und da geht es darum, das mal zu simulieren, dass die Kinder mal in die Rolle eines Insecks schlüpfen. Die Explore Science, so vielseitig und bunt wie die Natur. Jeder kann hier spannende Dinge lernen. Das Alter spielt keine Rolle. Die Besucher sind vom vielseitigen Angebot begeistert. Ich habe heute ein Fossil gemacht und an so einem Wissenschaftsraum. Uns gefällt am besten, dass genau die Sachen, die die Kinder in der Schule oder im Kindergarten gemacht haben mit ihren Betreuern, dass sie das hier mal zeigen dürfen, was die Tolles gemacht haben. Toll, super, super toll. So, dass aus den ganz einfachen Dingen hier ganz viel Großes gemacht wird. Einfach hier hingehen, dann wirst du schon sehen, was es hier alles Tolles gibt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin auf dem Geist.